Dieser Ford C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 20.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Der sparsame Benziner überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Abonnieren Sie uns. Abonnieren Sie uns. Abonnieren Sie uns. Abonnieren Sie uns. Vielen Dank.